Ja, ich finde, da ist der wichtigste Punkt, den du angesprochen hast, dieses sich zwingen müssen zu irgendetwas und das ist genau die falsche Botschaft, die man vielleicht aus dem rausholen sollte, weil das Grundprinzip von Timeblocking bzw. sagen wir es grob von Kay Newports Konzept ist einerseits das Timeblocking, aber auf der anderen Seite konkret der Shutdown nach einem Arbeitstag. Und wenn man die beiden Sachen zusammennimmt, dann geht es ganz, ganz schnell weg von dem Zwingen, weil ich ja weiß, wann ich fertig bin mit meinen Tasks und das schon vorgeplant habe, was ich vielleicht am nächsten Tag mache. Und das Timeblocking bietet einem ja diesen Rahmen, Dinge zu machen, die ich machen möchte, sozusagen. Also da ist ja wieder, das Schöne an dem Konzept ist ja, dass man nicht einfach beginnt mit, ja, von 8 bis 10 mache ich das, von 10 bis 12 mache ich das, sondern man beginnt mit einem Wochenplan zuerst, den man sehr grob gestalten kann oder sehr spezifisch gestalten kann, Montag möchte ich die Dinge machen, Dienstag das, Mittwoch das oder man nimmt sich generell aus seiner, wie es immer sagt, aus seinem größeren Time- oder Knowledge-Management-Dokument oder Notizbuch, seine Themen raus für die Woche und schreibt die sich vorne hin. Und dann geht man jeden Tag durch, deswegen gibt es ja diesen schönen Shutdown, weil ich dann abschließe, was ich gemacht habe und vorplanen kann, die Dinge, die ich dann machen möchte.